Neeee! Was soll ich denn tun, Freunde? Was sind wir denn? Fäller, Vorlieferung, Arbeiten, wie immer, genau. Da hinten seht noch einer, aber fast fertig. Probierst du dann schon vorliefern, und dann gucken wir mal, wie heute das noch kommt. Ziel wäre für dich, aber, da bin ich ganz, von der Fläche. Da muss es noch ein bisschen aufknacken lassen. Und da, und da, genau. Jo, und da, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist ja noch ein bisschen später noch. Ganz versteckt. Egal. Donk, Donk. Jo, vorliefern. Ja, wir sind hier auf der Schwäbischen Alb. Wir haben vorher mal, ich schwenke mal gerade ein bisschen da rum. Richtig schöne Schneewolke hat es da. Hat es auch vorher geschnürt gehabt und grobelt. Ganz geschickt sogar, muss man ganz ehrlich sagen. Also, haben wir jetzt da hinten raus. Die Wiese und das, Nummer 10. Äh, ist heute Tag schon der Wedel da, aber, es ist einfach Winter. Wenn ich auch, ähm, hm, na, der Zoom raus, da, gut zu dürfen. Im Teaser, da, hinher rumspringen, es geht ja frisch weht. Also, da, wie ich stand da und filme, es zu frisch, aber zum Laufen, es geht, an der Grenze, es geht. Aber, den Titel habe ich auf der Maschee, die kann ich dann nachher auch mal wieder anziehen. Dr. . . . . , . . .